Hier präsentieren wir die 5 beste Holzkohle-Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Grillprofi Premium Grillbriketts 29 kg für Grillprofis Grillkohl Grillbriketts Kohle Holz Holzkohle. Hochkühlerei Jatznik Holzkohle wird komplett aus Hartholz hergestellt. Durch die geprüfte Qualität wird das Grillen zum Vergnügen. Diese Holzkohle aus Mecklenburg-Vorpommern wird in einer praktischen 10 kg Packung geliefert. Diese Holzkohle wird vom Einzelkühler Mecklenburg-Vorpommern hergestellt. Die Holzkohle brennt leicht und glüht lange, da der Beutel sowohl kleine als auch große Stückchen enthält. Es hat einen unverwechselbaren und einzigartigen Duft. Nummer 4. Favorit Grillholzkohle 15 kg. Favorit Grillholzkohle zeichnet sich durch ungewöhnlich große Stücke aus, die für eine ideale und lang anhaltende Glut sorgen. Es kommt in einem riesigen 15 kg Sack. Diese hochwertige Holzkohle in Restaurant-Qualität besteht aus reinem Hartholz und hat einen angenehmen Duft. Er sorgt bei jedem Grill-Event für optimale Grillergebnisse. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Holzkohlebucher für BBQ, Grillkohle groß. Diese Grillkohle aus Buchenholz in Steakhaus-Qualität von Brennholz-Moser eignet sich sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch. Es kommt in zwei 10 kg Säcken. Die erstklassige Körnung und die minimalen Partikel dieser Holzkohle bieten eine lang anhaltende Glut und eine hohe Griltemperatur. Er ist aus Buchenholz gefertigt und verleiht dem Grillgut einen tollen Duft. Nummer 2. BBQ Toro Premium Steakhaus-Grillkohle 10 kg Quebraco Blanco Kohle BBQ Premium Toro Steakhaus-Holzkohle Quebraco Blanco wird in Paraguay aus Quebraco Baumholz hergestellt. Das Institut du Forestal National hat es für die Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zugelassen. Diese Holzkohle wird in einer praktischen 10 kg Packung geliefert. Die Holzkohle ist einfach zu entzünden und hat ein starkes und köstliches Grillaroma sowie eine rauchfreie und helle Glut. Durch die lange Brenndauer von 4 bis 5 Stunden können viele Sticks mit nur einer Ladung gegart werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Weber 17829 Premium Holzkohle 5 kg Kneitz 4 Revort Premium Buchenholzkohle wird komplett aus Buchenholz hergestellt. Es wird in einem Karton mit 2 10 kg Säcken geliefert, was mehr als genug für ein großes und langes Grillen ist. Diese aus sehr trockener Buche gewonnene Holzkohle erzeugt nur wenige Funken. Beim Grillen hat es einen hohen Heizwert und speichert die Hitze lange, während es wenig Rauch und Asche produziert. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. blöd b pro blöd bl bl evaluation bl 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 Bis zum nächsten Mal.